Wo müssen wir denn hin? Gucken wir mal auf die Map. Online. Ja, ich... Online-Map. Richtig. Ach du Scheiße. Erstmal muss ich ein paar Sachen ausschalten. Ach so. Brauchst du dich? Ja, ja, Marz werden sowieso erstmal überlegen sollen, wo wir hinlaufen. Ja, das meinte ich ja. Die ganze Zeit schon so. Bissens doof jetzt. Aber wir können's auch in-game machen, einigermaßen. Wir können's ja in-game zeigen und an der Map auf zwei Pläne schauen. Das heißt, dass wir das in der Aufnahme und Stream auch sehen. Und was wir gerade denken. Das... Könne ich ansonsten machen, ja. Halt ein Menü. Okay. Ja, ich mach's genauso. Das Problem ist, im in-game sieht alles ein bisschen anders aus, Nico, ja? Ja, komm, ich zeig das mal. Das müssen wir gerade dann, also... Ach, doch, du musst es ja in den Stream einblenden und eure Aufnahme. Hier. Aber dazu muss ich in... Oh, war wenig aufgedeckt, Alter. Wir waren vollbild. F11. F11. Okay. Dann zeig ich das mal gerade. Da. So. Wunderschöne Map. Genau. Alter, ist sogar noch Bauxit, Uranium, Quarz und Öl. Genau, das war ne... Das war ne... Das war wie letztes Mal eingestellt bei mir. Ich sag... Wobei wir auch... Äh, ja, auch Öl brauchen, ne. Steht doch da. Also, ich wär immer noch dafür, so weit wie möglich weg. Zur Not eine extra Schiene, um das Uran zu holen. Einfach nur, damit wir eine bessere Range haben, um andere Ressourcen zu holen, was nicht zu weit weg sind. Ja, aber das hat doch keinen Sinn. Weil das Zweite Base... Ja, aber das Zweite Base, die muss... Ne? Ne, aber... Was ist denn der Unterschied, wenn wir genau... Also... Wenn wir die gleichen Ressourcen ungefähr in der Nähe haben. Ja. Und die... Die Base, die ich vorschlagen würde, ist... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Und vor allem, was noch wichtiger ist... Ja, aber... Und vor allem, was noch wichtiger ist... Von der Weite. Ja, okay. Aber es macht doch keinen Sinn, so weit wie möglich wegzubauen, nur um da... Ja, aber ich würd schon... Ich würd schon gerne mal... Zwei Kilometer mindestens jetzt weg sein, nicht nur ein Kilometer, wo man schon nicht da ist. Das ist auch okay. Das seh ich auch ein. Das find ich auch gut. Okay. Aber es sollte nicht zu weit weg sein. Ich finde, wir sollten zuerst nach den Ressourcen gehen. Wenn wir aber sagen, okay, das ist wahrscheinlich zu weit weg, dann... ... sollten wir was anderes suchen. Ne. Ja, gut. Aber... Also, ich würd' erstmal nur nach den Ressourcen und dem Platz gehen. Also, Platz zu bauen. Das wird auch noch wichtig. Ja... Aber da wird's schon mal irgendwas geben. So, das Problem ist jetzt, wo waren wir? Ich... Ja, ich weiß es. Ich kann's nicht markieren. Ja, ich... Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, guck doch auf der Map. Auf der Ingame-Map. Siehst du's doch. So, 1-zu-1. Ziemlich. Stimmt. Die Abstände. So, da zieht das auf der Map die Farben nicht gleich auf oder so, aber sonst... Stimmt. Äh... Versehen und unter dem zweiten See halten wir einen Schreckhund drunter. Easy going. Da... Äh... Was, wo war der See? Warte, da ist Öl. Das heißt... Da... Müsst du nur sagen. Da werden viele Eisen-Dinger. Stimmt, da sind vier, da sind zwei, da sind drei. Ja, genau. Das heißt, wir sind hier. Hier ist unsere Base. Das ist da. Ja, äh... Ja, ging auch. Die Frage ist halt, wohin? Also, das ist krass, wenn du auf unsere Web schaust, ne? Oder auf die Online-Map, wie viele die entgründet haben. Ja, das ist heftig. Und ich dachte, wir hätten schon viel gesehen. Ja... Also, ich bin immer noch... Also, ich bin immer noch... Ja... Ja... Und da gibt's auch nur Eisen. Ja... Ja... Quarz... Gibt's nur... Äh... Das heißt... Also, wenn wir mal gucken, wo... Wo ich... Für ihr stark wäre. Auch wenn das, glaube ich, Waldbiom ist, fahrt mich jetzt schon ab, Walter. Ja... Guck mal, äh... Quarz... Wie... Mitten bleibt ist ja... Ist ja dieser... Äh... Äh... Ist ja dieser... Ja... Wo das ganz rechte Uran ist. Ja, südlich ein Ticken. Ne, genau rechts davon. Ach so. Das rechte Uran. Ganz rechte Uran. Äh... Ja... Und diese Riesenbahn, wo das noch rein soll... Und dargestellt soll auf der... Ja... Also, so hellgrün da. Ja, hellgrün. Äh... Dann... Rechts davon ist Bauxit und Tod aus Bauxit. Und oben drüber ist 5... Äh... Mal... Quarz. Ja. Und so viel Eisen. Das ist da zwischen irgendeinem Place. Das... Das ist zu weit weg. Da ist alles. Du... Du wartest, glaube ich, vorher beim mittleren Uran. Aber das finde ich doch zu nah. Und Bauxit... Haben wir da schon recht viel. Und da haben wir Uran und noch viel mehr Quarz. Und Quarz form halt auch so viel. Das hat das Ding. Äh... Und wir haben so viel Eisen. Weil da... Bei dem mittleren Ding... Beim mittleren Uran haben wir gar kein Eisen. Das scheiße. Stimmt, ja. Und wir müssen das sowieso anschaffen. Das Problem dabei ist... Äh... Dass das ein größtes Scheißgebiet ist. Wenn ich bereits scrolle... Verschiedene Elenden... Riesenbäume... Das sind... Ach du reine... Das ist halt... Ich würde sagen, wir doch mal da hin. Und gucken, wie es so aussieht. Ich glaube... Okay. Das sieht das eh nicht gut. Das heißt... Aber das wäre das Ziel. Ähm... Ich würde übrigens anpeilen, dass... Purer Iron in der Mitte, oder? Ja. 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 Okay. Das war dann in der Nähe. Zwischen Oran... Ich würde sogar anpeilen. Eventuell sogar. Also zwischen dem puren Oran... Die beideren... Äh... Puren Oran, ja. Zwischen dem puren Eisen... Die oberen beiden Eisenzingern... Und dem Oran... Dem Dreieck dazwischen irgendwie so. Alten, aber ja. Ah, da. Mhm. Irgendwie so... Irgendwie da. Ja. Das Ding ist jetzt nur... Ja. Ich glaube, das ist nicht weit weg. Aber irgendwie ist es doch weit weg, glaube ich. Das wird schwierig, auf jeden Fall. Ja. Das wird ganz schwierig wieder hinkommen sollen, ehrlich gesagt. Ich war... Ich war da an der Ecke gewesen. Bei den Bergen. Und das war... Naja, rechts... Irgendwie über diese Berge dann drüber. Alter. Das hätte das denn gekommen. Ja. Ähm... Das heißt, wir müssen... Erstmal würde ich sagen, so eher nach rechts... Und dann... In... Süden. Äh... In Norden. Oder Nordöstig einfach. Aber wollen wir nicht grad noch die Signalisatoren abfarmen? Gerade? Wenn wir schon sowieso dabei sind? Ich mein, ne? Boah... Du weißt, ich könnte eigentlich machen. Oh, Momentan. Ich will mal kurz beim Öl... Und wenn wir bei jedem Ölprodukt... Äh... Strom. Einfach auch noch ein bisschen Spritz für den Joppe zu nehmen. Ja. Ich hab zwar 200 dabei, aber nimm ruhig tatsächlich nochmal mit. Ja, ich hab nur noch 80, 79... Mit Regen. Ja. Äh... Ja. Gerade drüber, ich bin schneller. Ne, das war falsch. Signalisatoren herstellen. So. Das wird reichen. Okay. Das heißt, wir fahren mit dem Fahrzeug. Ähm... Immer im Öl. Gott, bin da. Äh... Jetzt weiß ich nicht genau, dass wir... ... nie... ... nie... ... nie... ... den Fahrzeug. Ich hab 10. Das wird reichen, also von daher. Nein, also wohin fahren wir? Wohin fahren wir jetzt? Achso. Achso. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber... Achso, besonders durch die eine Stelle müssen wir hier durch und das wird schwierig, ach, Gax. Weil, äh... Wo kommen die hier, oder? Ich glaube ich komme an eine Stelle, wo wir nicht durchkommen wegen... was halt riskant das hat also das problem wir kommen halt nicht dran vorbei beziehungsweise ich hab's geschafft ich bin einmal dran vorbei aber ich bin auch schon einmal durch gerade aber ich werde mal was zu essen nehmen wir sollten nun sowieso immer lieber voll sein ich habe mich voll erschreckt von dem ding was vor uns steht kannst nicht schlagen ich denke an schlagen weißt du direkt mit der mutter säge ich kann gar nicht gescheit lenken ja zurück müssen wir wann ich sehe nix probleme ist allein in den geländer ich schule die weiter stecken habe das schon gemacht damals und das war echt scheiße da kommt wasser ja das wasser ja da können wir durch ja aber ich gehe mal lieber auf nummer sichern ich freue mich schon auf die ich bin die hier glaube ich auch sind doch rechts noch links rechts ok das berg na ja ich habe das drauf zu kommen ja ja jetzt war das fast gar vor niko was wir jetzt noch durch geht so sein das geländer jetzt klicken war ja ok dann ich bin schon klar gewesen ich bin ja hier und müssen wir uns da hoch niko oder kreffen oder so ok so höher und so besser war das ist nicht laut oben das ist schon guck mal an niko ach da ist auch der signalisator nämlich gerade mit so glaubt man lieber er hat dann schon mal den rest abbauen weil naja erst fielstücken was wir den weg nach oben brauchen eigentlich na stimmt hast du gereicht ja was ja selbst denn ich bin hochgeflogen nicht zu lange dauert ja ich lieber nicht war aber auch klar ja dann stehst du nach oben ja ich bin von live ist jetzt aber das war noch nicht noch machen vor allem nicht hier oben ganz schön böse auf mich der abschuttsstelle ist die knarz ätzend denkt es doch eine abschuttsstelle damit ich bin da auch vom berg darunter mit sich weil konnte ich die machen ich weiß dass ich machen konnte ja gut aber dahin zu kommen wird schwierig kann das sogar in die karte an die karte bitte noch mal da drüben aber ich lebe aber schätze über die beckenten übrigens um zu sagen dass man schon das heißt aber hier ist kein nichts bei dem ding hier tatsächlich was 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 keine richtige abschuttsstelle ja name ok dann scannen schnecker scannen ja er piept auf jeden fall und er wollte es war wo er sich unternimmt genommen hatte nico ach da ist er doch guck mal da auf dem platz das schon mir 같아요 ja 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 auf der sterben stecke ach so schön ja ich will sich darum ja könntest du schaffen muss halt und beim nicht vor der drücken ja ich bin ja schon mal geht sehr schön auch kein pass hier oben vielleicht so richtig so riechen vielfach so ein turkisen schütze abgegeben hatte ich böse wo können wir nun mal runter hier warum ist das denn jetzt man etwas schade er schaut nico ist klar hier viel zu lachen es ist gerade da ablaufkapsel öffnen weiß sonst noch nichts okay er zahlt sich im w dann baue ich meine plattform hin wir machen direkt brennstoff generat wobei ne biomasse dürfte erreichen ja oder die produzieren die man schon mal dabei da habe ich auch dabei normal und so wie auch wahrscheinlich nein ach man ja cool was ist das schon aber dann dann aus der kunde 60 kabel die 99 kabel gut dann können wir hier wieder runtergehen rückweg fast komplett runtergefallen wir sollten nicht zu sehr auf schaden gehen weil wir sind ja durchgehend geheilt danke ja trotzdem hast du unter mir aufgebaut das ding ist wollen wir zu der einen absturz stelle die gefunden haben richtung der anderen drei absturz ich habe schon ständige ja die das wollen ja immer die gegner dann das ist ja auch wenn der mit dem fliegt mal rüber ja ich würde nicht etwas verbrauchen deswegen war ich schon ich habe eine 284 im inventar ich habe nur 150 dadurch dass das auto abgebaut habe habe ich einig bekommen halte sommer ja apropos auto eigentlich können wir hier wieder oder ja überhaupt bekommen gut ja da da versucht ich mal bitte anders versuchen wir wieder nach vorne zu gehen ist direkt genau weil ich glaube sonst jetzt weil ansonsten blockierst nämlich meine kamera er und so kann ich nicht fahren gut dann geht noch ein stückchen höher gut danke natürlich das gaszeug ja wie kommen wir dann dahin eigentlich mit hallo fischer tschuldigung tut mir leid da rechts oder die ja recht das schon ist ok hallo fisch tschuldigung ich bin unmächtig aua warte ab du scheiß nicht oder so what au ich bin beschossen ich kann nicht ich kann nicht fahren hier schon was lebt denn das fies lol aua ich hatte nicht lange du unterwegs bist nico auf jetzt ja schlagen alter das wird unnötig viel schaden gemacht das krieg ich eh direkt drei herzen weg das krieg ich weil er es unter dem auto weil ich nicht schlagen konnte aber da kann ich nicht weiterfahren nico wir hätten vorhin über den felsen kriegen müssen wir müssen nicht über den felsen drüber ich weiß nicht genau ob wir durch können oder drüber müssen ich bin da und dann ist drüber hingeflogen aber stopp ich komme nicht mit drauf der vorhin war ja wow da vorhin kam an ja was willst du für ein autofahrer alter verbrauchst du dich fahren und so hast du es nicht mehr oder wat ah naja hab ich alles verlernt ich fand deine fahrschule los warte warte übrigens guck mal hier ist ne hülle komisch dass du die ganze zeit so aaah manchmal die durch achso deswegen ist die ah warum fangst du nicht hier durch oh soll doch laufen oder wat ach so ja ach dann fangst du hier durch oh hier können wir sowieso im vizelium mit nein das ist echt immer tagvoll nico das fand ich mal gut ah ok was hab ich denn hier vielleicht vielleicht ich hab fünf quatssozialatoren dinge da mit also gefunden irgendwo vielleicht bei der abschlussstelle war es auch hier auf die verschmarte wie hier hat man fiescher gekillt hier ist ja schon gut will ich denn spenden auch ja cool ah alle warum alle auf mich okay okay ach ja stimmt hier war das wo ich so viel lags habe oh ne die stelle was dann muss man mit den ballen hm keine lags ich hab schmeidische 60 fps weiß lass immer nach dingelsen nochs geil nach schnecken aber es ist natürlich nicht ja wir haben das ja schon gemacht und ich glaube sonst also aber haben wir ja auch komplett komplett erkunden es gab schon gar nicht mehr ich weiß es nicht aber vorne war wir schon da liegen sachen rum das ist doch schließt bei uns hm der 1 weg looted aber in irgendeiner hülle hatten wir nicht alle schnecken mitgenommen ich weiß nicht welche das war aber wenn das schon auffallen hallo ihr viecher na ach komm schon komm her wir rennen die beiden hinterher das spinne oh von hinten fest ist mir egal ja wo lang jetzt da vorne äh ja aber snack stecken scannen hat euch recht oh äh nur kurz hier lang mhm was denn da oben ne rote hast du reingelogen leil darf ich die mal bitte aufnehmen weil ich glaub du hast ja andere rosa genommen warum komm ich erst da bist damit vielleicht oh grad so noch gebaut jawoll neiiiis was ha fast wäre ich sogar runter gefallen noch ich hab's geschafft ich hab's schon weiter im weg genommen okay ich muss gerne weiter stopp äh so oh was ernsthaft ach schaden bekommen Mist so hey ich werde dich wieder erkunden ähm hier links von mir aus gesehen oder ja wir küssen ja wohl warte diese gruckel ey ja da oben ist eine schnecke irgendwo angeblich das ist ein bisschen die richtung außerhalb ich weiß das war ja auch eine andere signalisator deswegen wir laufen eigentlich gerade nicht zu den drei na egal dann ja gerade die Höhle eigentlich mit dir geht's irgendwo raus das kann durchaus sein ja mein Auto wird perfekt wie jetzt einfach durchgerast ey ja das wäre aber auch schon relativ klein ja die schnell rennen die raus oder reicht jetzt noch oh stimmt einfach umrecht spinnen geil oh das wird größer wird ja ey ich bin dran auch gar nichts gehen in der stecke ja bei uns zu kehren jetzt müsste wahrscheinlich eigentlich für einen Ausgang theoretisch kommen schätze ich jetzt mal boah wie groß das noch wird ne boah das ist aber eine stecke wir können aber das war definitiv bei mich owa da ist eine stecke jawohl ja warum haben wir die Höhle zum Teil erkundet und am 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 anthol am 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 1 1 eine batterie ja wobei ich okay wenn wir dafür zu weiteren batterien sagen weil ist die frage geht jetzt da muss ich sagen wir schon mal hier sonst woher sogar recht nach rechts stark laufen wird ganz offen aber auch dass ich zum kämpfen mehrere sogar ich habe mich kurz mal was man entschieden kann also vorsicht und ein bisschen was lässt nur ein roter ja aber trotzdem schwerer kleinere ich sage das war wenn da ich vergiftet das zeug ist er da drinnen ist eine schnecke ich gehe mal da rein was kann wo ist die schnecke setzt die frage vielleicht nico ach da oben ist er ach so kämpfen ja ich habe gerade eigentlich keinen bock zu kämpfen typisch kommt noch ein ganz kleines wieg das war eine grüne glaube ich ja ich habe nicht mal eine gelbe ist man da muss grün gewesen sein ja wenn ich war ein filter verbraucht wahrscheinlich sind wir jetzt 12 damit dass diese komische feld sein wahrscheinlich jetzt genau an dem ich glaube ich war nicht dran ist komplett falsch liegen da ist ein bisschen hardcore rechts laufen erst mal jetzt das ist immer auf mein symbol das ist unsere bruder da muss ich jetzt laufen nico müssen jetzt weil das ist noch eine schnecke irgendwo warte hier was kann deine richtung ist auch fast recht wahrscheinlich da oben oder das ist jetzt die frage ob hier drauf ach ich kann sich jetzt im etat und mein jetpack ausrüsten das sind hier definitiv sieht aus wie so naja graue stein mit braunen ploppen dran was ist natürlich quatsch auf 25 geil was er vorgebracht aber bei mir hier abschall stelle das gegner dem dicken gegner ja das problem ist die schnecke scheint nicht hier zu sein egal egal ja da oben scheinbar naja ist ok oh wo bist du piech ja komm her zeig dich hä hä oh da komm her kämpf du schwächling tot also du ja du bist auch gestorben nee ich bin nicht zum glück nicht oh es sind noch zwei oh hier ist noch eins oh hier ist noch eins oh shit hilfe brauchst du ne dann schreien nee alles ja schreien werde ich sowieso kurz bevor ich tot bin dann spätestens cool doch zu früh hier ist noch ein fettes wieg von mir wo ist jetzt hier die schnecke dort nur noch kurz ja oben in der baupenkrone angeblich oder was wobei ja oben mit unten vertauscht sein kann irgendwie ja egal da hat nicht stattgefühl ich sehe sie da oben ganz ehrlich ganz ehrlich ich spiege da jetzt hoch wir gucken ob da irgendwas ist ach rippen nico na na ja 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 keine ahnung ist hier nicht du bist in die richtung beobachte die beutelche da hat man da kommt gleich 5 super computer zu öffnen ah da bist du gott geradeaus ist fettes wieg aber ein fettes fettes wieg ich hoffe das ist voll cool in full life ne dann mach mal ok oh nein pappagei oder so was not äh diese dinge ja oh nein nicht weg und jetzt hab ich was ich kann mich bis daran stellen aber das kommt ich komm angerannt mit irgendwas